Sehr geehrter lieber Herr Dr. Gerhard, lieber Herr Dr. Morlock, verehrte Kolleginnen und Kollegen der FDP, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sende Ihnen herzliche Grüße nach Karlsruhe zu einem Anlass, der auch mir nicht unwichtig ist. Dr. Morlock wurde vor wenigen Wochen 70 Jahre alt, nein, 70 Jahre jung. Ich habe seinen Namen erstmals 1969, 1970 gehört, als mein Vater, der damals FDP-Kreisvorsitzender war und der mit Karl Mörsch und mit Martin Bangemann in Baden-Württemberg befreundet war, mir von einem jungen, auftrebenden Hoffnungsträger aus Karlsruhe namens Dr. Morlock berichtete. Dann ein paar Jahre später las ich der Abgeordnete Dr. Morlock, der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Dr. Morlock, der Landesvorsitzende der FDP in Baden-Württemberg, Dr. Jürgen Morlock. Ich habe ihn dann kennengelernt und habe ihn in den vier Jahren, mehr war es gar nicht, von 1984 bis 1988 im Landtag auch sehr schätzen gelernt. Er war für mich ein älterer Bruder, ein Ratgeber über Parteigrenzen hinweg und er war ein hervorragender Debattenredner, den Lothar Späth ernst genommen und geschätzt hat. Die FDP hat in diesen Jahren von ihrem Sachverstand, von ihrer Werf, von ihrer Fähigkeit, die FDP bekannt zu machen, gelebt. Lieber Herr Dr. Morlock, deswegen Ihnen alles Gute im neuen Lebensjahrzehnt. Sie sind unverändert, dynamisch und jung. Und ich habe ihre Aktivitäten gerne begleitet und auch immer geschätzt. Die in der Politik und auch die in der Wirtschaft. Besonders gefallen hat mir, dass Sie viele Jahre, Jahrzehnte im Gemeinderat der Metropole Karlsruhe gewesen sind. Dass Ihnen die Technologieregionen mit Karlsruhe, Ettlingen, Bruchsal, Raststadt, Baden-Baden immer sehr wichtig war und die Infrastruktur in dieser Region von Ihnen mitgeprägt worden ist, die Wirtschaft von Ihnen dort mit gefördert worden ist. Aber sie waren und sind Baden-Württemberger. Ihr Blick war immer von Mannheim bis zum Bodensee, von der Tauber bis zum Hochrhein, von Kehl bis Ulm. Sie haben als Abgeordneter, als Fraktionschef und dann später bei der LEG und in anderen Funktionen immer das ganze Land gesehen. Das ganze Land gekannt. Und deswegen Männer wie Sie und Frauen wie Sie sind für die Zukunft Baden-Württembergs unembehrlich. Zuhause in einer Stadt und Region Verantwortung für das ganze Land und nicht gegen andere Regionen. Das war für mich Ihr Fundament. Sie haben in diesen Jahrzehnten viel aus Ihren Fähigkeiten gemacht. Ich bin mir sicher, dass Sie weiter in Ehrenämtern und anderen Aufgaben im neuen Jahrzehnt aktiv bleiben. Schön, dass die FDP und ihre Stiftung Sie heute ehrt. Sie haben es verdient. Ich wäre gerne dabei, aber habe seit leerer Zeit für die Wirtschaft in Ostwestfalen einen Nachmittag und Abend im Raum Bielefeld und Gütersloh zugesagt. Das will ich nicht mehr absagen, sondern ich bin zum gleichen Zeitpunkt bei Miele, zu dem Sie auf dem Festplatz im Hotel Novotel in Karlsruhe sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und der FDP Baden-Württemberg, liebe Freunde, der Goll und Theurer, im Wahljahr eingeschränkt auch viel Erfolg. Auf bald!